Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin in zwei Untersuchungsausschüssen zum Thema NSU-Mordtrio gewesen und habe, liebe Frau Mihalic und Frau Storch, die Hoffnung, dass wir den Geist, den diese beiden Untersuchungsausschüsse atmeten, auch dieses Mal hinkriegen, weil es in bestimmter Weise vergleichbar ist. Wir haben Tote und Verletzte zu beklagen. Wir haben ein immenses Leid bei Angehörigen. Ich finde einfach, dass es dann nicht passend ist, wenn wir uns parteipolitisch jetzt in kniebohrerischen Diskussionen ergehen. Ich könnte jetzt sagen, der K.O. hat euch im Januar 2017 den Ausschuss angeboten. Lassen wir das? Ich glaube, dieser Untersuchungsausschuss hat die Notwendigkeit, Sachaufklärung zu betreiben, Frau von Storch, Sachaufklärung zu betreiben und nicht einen Grund herbeizureden, der wirklich fachlich unfug ist. Die Attentäter von Bataclan und Stade de France in Paris vergleiche ich mit einem IS-Kommandounternehmen. So dezidiert war dieser Anschlag vorbereitet. Al-Bakar in Dresden war vom IS geführt. Hochwahrscheinlich stellen wir in diesem Untersuchungsausschuss fest, dass auch Anis Amri stark geführt war. Mohammed Atta war ein Student und Flugschüler. Was will ich damit sagen? Der IS hat tausend und eine Möglichkeit, über Legendenbildung leider professionell Terroranschläge zu begehen. Dass er jetzt Flüchtlinge nimmt, soll genau dem Zweck dienen, den Sie gerade hier am Rednerpult erfüllt haben. Der IS macht in einem Anschlag zwei. Er begeht den Anschlag. Er sorgt dafür, dass Kräfte wie Sie behaupten, das seien Flüchtlinge und das sei die Schuld. Das, meine Damen und Herren, ist einfach unfachmännisch. Deswegen lade ich Sie ein. Ich lade Sie wirklich ein. Lassen Sie uns Sachaufklärung betreiben. Das hat mir gefallen, Frau von Storch. Ihre Rhetorik war nicht durchgängig skandalisierend. Sie waren manchmal richtig fachlich. Ja, wir müssen die Systemprobleme erkennen, die justiziellen. Wir müssen die Frage stellen, warum es keine Sammelverfahren gab. Wie stark war das Netzwerk um Amri? Wie wurde geführt? Das alles müssen wir feststellen. Aber das hat nichts mit Asylverfahren zu tun. Das ist die Frage, ob wir die Bundesanwaltschaft besser ausrüsten können. Können wir das GTAZ stärken oder was auch immer? Das nenne ich Sachaufklärung. Dieser Untersuchungsausschuss hat eine ganz entscheidende Frage zu klären. Stellen wir uns mal vor, alle individuellen Einzelfehler, die Herr Joost in Berlin, die der Untersuchungsausschuss in NRW, die die Taskforce im PKGR schon aufgeklärt haben. Stellen wir uns vor, diese individuellen Einzelfehler wären nicht vorgekommen. Hätte dann eigentlich das System funktionieren können, einer föderalen Sicherheitsarchitektur, in der knapp 40 Behörden für diesen Fall zuständig waren? Diese Frage müssen wir im Bund klären. Die kann niemand anders klären. Die Nordrhein-Westfalen haben auf ihren Fall geguckt, die Berliner auf werden. Unsere Aufgabe ist es, die Frage zu stellen, funktioniert eigentlich das System? Und ich bin den Jamaika-Sondierern und ich bin den GroKo-Sondierern sehr dankbar. Ich zitiere nur mal die GroKo-Sondierungsergebnisse. Jamaika war ähnlich. Da steht drin, wir müssen wissen, ob für Terrorgefährder gemeinsame Standards, verbindlicher Umgang, einheitliche Praxis und klare Zuständigkeiten geschaffen werden müssen. Dieser Untersuchungsausschuss hat die hervorragende Möglichkeit, für uns, wenn es zur GroKo käme, Koalitionsverhandlungen und anschließendes Regieren sehr wertvoll zu unterstützen. Ich glaube, wir werden wie der NSU-Untersuchungsausschuss... Ja, ich schade auf die Zeit. Ich kann mich jetzt auch schon keinem Fragen oder Ähnliches mehr zulassen. Ich lasse aber die Frage zu. Ja, das ist aber zu spät. Schade. Wenn das Minus dort erscheint, das wissen Sie als erfahrener Kollege, dann ist es Meine Damen und Herren, dieser Untersuchungsausschuss wird eine wertvolle Arbeit leisten, wie andere auch. Aber eins ist ganz wichtig. Es ist der Respekt gegenüber Opfern und Angehörigen und dem immensen Leid, das denen zugefügt wurde, das wir schonungslos aufklären. Und ich hoffe, wir tun es gemeinsam sachorientiert. Dankeschön. Applaus Zu Ihrer ersten Rede im Bundestag hat die